Hallo, mein Name ist Andrea Fischer und ich bin Botschafterin zwischen Tier und Mensch. Ich bin Dozentin an den Paracelsio-Schulen und möchte euch gerne mein Seminar Tierkommunikation vorstellen. In meinem Seminar dürfen Sie erfahren, was alles Sie für möglich halten, wie Sie in Kontakt mit Ihren Tieren treten. Das wird spannend, das ist eine Herausforderung für Sie, damit Sie noch mehr und noch besser Ihre Tiere verstehen können, Ihren ganzen Fühlapparat einsetzen, hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Und ich kann Ihnen eines versprechen, es wird wunderbar werden, wenn Sie in die Gefühlswelt der Tiere schauen dürfen. Neben viel Theorie in der Schule haben Sie auch die Möglichkeit, mit mir und vielleicht auch einigen Tierärzten, Tierheilpraktikern auf Lehrhöfen vor Ort mit den Tieren zu lernen, sich auszutauschen, auch mit ihren Studienkollegen, um Feedback zu bekommen. Eine ganz besondere herzliche Methode Tierkommunikation zu erlernen, werden wir mit Dr. Rosina Sonnenschmidt ermöglichen. Sie ist eine Pionierin auf diesem Gebiet und wir werden es lernen. Das Seminar richtet sich nicht nur an Therapeuten, sondern an Menschen, die die Tiere besonders lieben, schätzen und sie noch besser kennenlernen möchten. Das Seminar ist auch geeignet für Tiertrainer, für Tierärzte, für Landwirte und Förster. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Seit meiner Kindheit habe ich gespürt, dass ich einen besonderen Zugang zu Tieren habe. Mein Wissen konnte ich vertiefen bei der Tierkommunikatorin Helen Gerber-Sieren aus der Schweiz. Seit 2004 unterrichte ich an den Paracelsus-Schulen Tierkommunikation. Und weil Tierkommunikation so interessant ist, würde ich mich freuen, Sie bald bei dem Thema Tierkommunikation in meinem Seminar begrüßen zu dürfen. Ihre Andrea Fischer an, die sie immer auf dem Thema gibt. Ich will auch wieder auf dem Thema